Die Schleifte sind in der Verkaufung. Die Schleifte sind in der Verkaufung. Geben sie, bevor sie eine Chance bekommen. Die Schleifte sind in der Verkaufung. Moin Moin ihr Badding Ladies und herzlich willkommen zurück bei Ghost in the Shell First Assault Online. Zusammen mit dem Baron und dem Blackwolf GLM. Games like Music. Äh ne Games like Music. Spiele die Musik. Ein Zuschauer ist sowohl vom Baron als auch von mir, als auch von Gamesworld. Und der spielt heute mit, den hört man heute nicht. Aber... Trotz mal wieder schön einen Gast da zu haben. Ja auf jeden Fall. Und der ist auch schon tot. So wie alle anderen. Ihr könnt außerdem auch mal bei Blackwolf auf seinem Youtube Kanal vorbei checken. Er macht Gameplays ja. Aber unkommentiert. Und auch so Movie Cut Editions. Also ihr könnt euch dann quasi Story Spiele reinziehen. Ohne Kommentar, ohne Gelaber. Und dann kriegt ihr die volle Story drüber. Ja wie ein Film alter. Quasi. Komplette Story kriegt ihr halt mit. Das ist schon ganz geil. Ja ist auf jeden Fall ne coole Idee. Ach Gott alter ey. Ich wechsle jetzt mal wieder auf die AK. Ich bin einfach mit der Siburu jetzt nicht eingespielt genug. Und sorry dass es jetzt gleich wieder Zerstörung auf Dejima Stadtzentrum ist. Das tut uns leid aber die sind auf B alle übrigens. Ja ne zwei sind hier über Mitte auf A. Aber auf B haben sie die Bombe platziert. Das ist richtig. Und der steht direkt in der Ecke. Und da kamen wir von hinten auch noch. No Black Wolf ist allein. Schauen wir mal. Hey ich habe als einzig einen Kill gemacht in unserem Team. Du bist ja krass. So ne harte Sau bin ich. Krass gleich Platz 1 oder? Wie. Nice. Geh auch noch auf B. Alles klar. Sind wir auf B. Und der zweite Kill. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Wirklich diese Runde mal eisam versuchen durchzuhalten. Nicht auf das Scharfschützengewehr zu wechseln. Denn. Das möchte ich euch ehrlich gesagt nicht wirklich antun. Das ist. Mal. Da gebe ich einen aus. Oh nice. Ich habe mir gedacht wenn der Black Wolf schon mal dabei ist. Dann muss man hier auch mal ein bisschen. Ich gehe auf A. Ja. Nicht rumpimmeln. Sondern auch mal ein bisschen was zeigen hier. Ja. So ist es. Ah einen habe ich noch mitgenommen. Oh. Du hast ja eine schicke. Ein schickes Pistoolchen. Ja. Schau. Hoffentlich schafft er es jetzt. Ah. Gott sei Dank ey. Das war. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Die Pistole war auch in diesem Paket drin. Und die ist eigentlich echt ganz nice. Ich wollte jetzt mal ein bisschen sparen dass ich mir eine anständige Sekundärwaffe kaufen kann. Und dann ist mein ganzes Geld wieder für das Snipergewehr rausgegangen was ich jetzt nicht nutze. So. So wie das muss. Geld rausgeben. Für irgendeinen Scheiß den du am Ende doch nicht brauchst. Nein. Ich werde ja. Ich werde ja versuchen beim Sniper in irgendeiner Art und Weise dran zu bleiben. So ist das ja nicht. Aber. Okay. Was. Nee. Ja das ist dieses EMP Ding. Hinter dem Container und die sind auf A glaube ich. Haben sie geblendet. So erstmal den mitnehmen. Sind nur noch Black Wolf und ich nur. Ja. Und vier Gegner. Und so. Na. Drei. Ah shit. Black Wolf. Nein das. Zehn Sekunden. Das schafft er nie mehr. Nein. Das wird auch nix mehr. Aber er stützt sich noch in den Tod. Das nennt nicht Engagement. Das nennt nicht Einsatz. Hoi hoi. Ja gehen wir mal. Ah mitte will ich jetzt nicht gehen. Gehen wir über A. Ah es geht keiner auf B. Also das müssen wir auf B gehen. Gehen wir auf B. Müssen wir drei das halt machen ne. Ja weil wenn keiner auf B geht. Ja dann. Das ist halt auch beschissen ey. Richtig das. Weil es ist ja hier auch nicht so. Oh shit. Der ist getaunt drauf gespründet. Ja klar. Das ist aber einer die Bombe trägt den CS. Sondern das halt jeder von ins Feldes legen kann. Das ist korrekt. Und die wären jetzt grad ziemlich schnell bei B gewesen. Wenn wir da nicht gewesen wären. Und oh hier. Fuck. Ach das war dieser Arm Launcher oder was? Scheiße. Da fällt unser Team wie die Fliegen. Voll. Keine Chance alter. Keine Chance. Keine Chance. Na jetzt zeigen wir dir mal was ein Angriff ist. Wo gehen wir hin? B? B. Bleib mal B treu. Ok B. Jetzt rennen fast alle auf B. Dann können wir über Mitte auch immer noch auf A ausweichen. Ja. Ja Bruder. Ja Bruder. Shit. Boah. Die hopsen da oben rum. Ja der ist. Die sind. Von A über die Mitte. Äh. Ja da oben. Da oben war einer. Der hat mich erledigt. Hämmert der in die Tastatur? Wer? Der du? Nee. Ich hab gar nichts gemacht. Hat sie gerade richtig. Ich hab immer auf A geplandelt. Der sieht gut aus. Oh. Ja. Das hat sich gerade nur sehr malträtierend angehört. Wie schwartest du bei mir? Hey guck mal. Du hast ne 007. Du bist Mr. Bond. 7 HP. Oh. Stimmt. Die schaffen das nicht mehr. Nice. So muss das. So muss das laufen. Wie gehen wir? B. Wieder B. B. Dann nimmst du den mal mit. Oh das ist aber nett von ihnen. Na sicher. Da ist wieder so ein Tag. Achso. Schon gesehen. Granate. Ja. Auch gesehen. Hier den rechts ausgeschaltet. Äh links. Links ausgeschaltet. Normalerweise hab ich eigentlich überhaupt keine Rechts-Links-Schwäche. Aber. Fuck. Hinter uns. Hinter uns. Hab ihn. So nice ey. Shit. Da ist noch einer draußen direkt. Vor der Tür. Ah. Black Wolf. Mann. Der war getarnt. Na gut. Ach. Schade. Nicht schlecht. Mein Freund. Nicht schlecht. Ja. Ich sag ja. Ich muss auch mal wieder was bringen. Ich muss mal endlich von der Tür. von meiner Sniper-Droge wegkommen. Von meiner Sniper-Sucht. Und bisher eisern dran gehalten für die Runde. Ja. Das stimmt. Und dann sieht man mal, dass ich da noch viel zu üben hab. Sehr viel zu üben. Oh shit. Shit da ist ein Sniper direkt. Ne es ist kein Sniper. Sehr schön. Der ist auch weg. Ah. Ich bin schon down. Ok. Auf B ist gar keiner. Dann hau die Bombe raus. Die kommen alle von hinten ey. Hm. Ja. Das müsst ihr jetzt beide gut verteidigen. Und Black Wolf hat bestimmt auch noch nicht eine gute Mapkenntnis. Weil. Ja. Noch nicht. Boah. Schön nochmal. Ja. Das schaffen ich jetzt schon drauf. Aber. Ja. Das kriegen sie hin. Wir waren aber auch die einzigen die im Team das gewissen haben ey. Ja. Also ganz ehrlich. Wie gesagt. Muss man sich nur mal die. 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 Statistik angucken. Und siehst du. Wer. 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 mit Schloss noch"? Letzverリ Großen verloren? Neivier? Na gut wir sehen uns am Montag wieder wünsche euch ein Fantastisches Wochenel... elfe. aquiht auf Wochenelfe. 8-11 Mal 1-1 Mal Eine Wochenelfe. Hallo ich bin die Wochenelfe. Ja ... Vertreibe dir Wild Leader 1 König Kochenelfe. Na gut, in diesem Sinne, haut rein, ihr Lieben. Ciao.